Ja, komm bitte. Lavendel. Lavendel. Lavendel, gut. Wie ist dein Name? Kenny. Hans-Josef. Jetzt, jetzt, ich merke schon. Ich merke schon. Gut. Was geht's? Dann bitte einmal die Hand. Fünf, vielleicht fünf. Zwei, ich weiß nicht. Eins, vier. Alles kleine. Augen scheinen auf alles kurz zu sein. Oh, freu ich mich. Kann ich endlich, kann ich endlich. Die Autofunnen. Jetzt direkt noch. Okay. ASMR. Hey und herzlich willkommen hier. Wieder zu einem neuen Reaction. Ein Roleplay Reaction. Heute gucken wir uns gemeinsam. Nächstes Mal Charlie an. Checkt sie bitte gern in der Infobeschreibung aus. Ich werde auf den Roleplay reagieren. Ich werde Fragen beantworten. Und schauen, was sie zu mir sagt. Heute untersucht sie mich einen Doktorarzt-Rollplay. Ich freue mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank auch an dich, Charlie, für das Roleplay. Herzensgrüßchen raus. Vielen Dank. Und dann leg mal jetzt einfach los. Hallo. Ich habe schon einige Zeit jetzt gewartet. Hallo und herzlich willkommen. Hi. In der Doktorpraxis hast du einen Termin? Nein, ich bin einfach reingekommen. Nein, war ja klar. Okay. Kommen auch haupteinfach Leute rein, holen Termin. Machen nix, ne? Nein, ich bin ja auch krank. 500 Termine pro Tag. 500. Gut, wie ist dein Name? Kenni. Hans-Josef. Hans-J-Kenni, nicht Hans-Josef. Und wie alt bist du? Ich bin 21. Willst du mir nicht sagen? Hm, doch. Ja, okay, ich habe gelogen. Das ist doof. Ja, ich schäme mich dafür. Du musst mir schon dein Alter sagen. Okay, ich bin 21.5. Okay, danke. Ja, bitte. Sehr nett. Und wieso bist du heute hier? Ähm, ich habe Probleme. Einfach alle mit Rundum checken. Ja, Rundum checken. Ich habe einfach Probleme mit Abschen. Die Band kostet dann am Ende... Was? Die kostet jetzt schon? Die kostet jetzt schon was? Du weißt gar nicht, was ich habe. Das sind 20. Das sind dann 8.000 Euro. Was? Ach, alles klar. What the fuck? Wo bin ich hier gelandet? Ich komme wohl hier nicht mal raus, oder? Schauen wir uns das mal genauer an. Ja, okay. Also hast du irgendwelche Probleme? Ja. Irgendwie kannst du nicht gut hören oder nicht gut verstehen? Ich habe grundsätzlich Probleme. Alles? Ja. Gut, ja, kein Problem. Ich würde sagen, wir checken hier einfach alles. Ja, bitte. Einfach mal durch. Genau. Jetzt hier, ich klei mal diese Handschuhe an. Krankenkasse zahlt die 500.000 Euro Gebührenkosten. Ja, solide. Aufgeblockt. Gut. Also. Welchen Test machen wir jetzt? Mal sehen. Also, du bist nicht irgendwie verletzt oder so? Naja. Naja, nicht, dass ich wüsste. Alles noch? Okay, okay. Das ist alles weit okay. Also. Ich fange mal an. Ich teste einfach mal die verschiedenen Körperteile. Alles durch. Hören. Alles. Okay. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Körperbestandteil. Deshalb bitte. Ja. Hören, sehen, ja. Bisschen bei Hören und Sehen, ja. Ne, so wird das nichts. Hans-Joseph, bitte. Ganz, den Mund ganz auf. Ja, bitte. Mach dir mal gerade eine Mundsperre rein. Eine Mundsperre? Ich mache schon so weit. Das ist kein Problem. Manche Leute können den Mund einfach nicht so weit aufmachen. Ja. Gut, dann jetzt da mal bitte. Oh mein Gott. Gut, ja, das tut ein bisschen weh. Das tut, da musst du einfach durch. Gut. Nein, da will ich nicht durch. Dann kommt er. Und dann der DTC ist mit dem. Okay, der ist okay, der ist okay. Der ist okay, der ist okay, der ist okay, der ist okay, der ist okay. Warum machst du da eigentlich gerade? Nein. Der ist okay, der ist okay, der ist okay, der ist okay, der ist okay. Okay, gut. Okay, schau dir doch mal die Backenzähne an. Meine Backenzähne? Der ist okay, 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 ah da, der ist okay, 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 die Weisheitszähne hast du schon raus, wie ich sehe? Ja, beide. Gut, ja. Ist ne gute Sache, gut. Da ist der nebenan umgefallen, oder? Gut, und Josef, den Aussatz, berücksichtigt mit den Zähnen, alles soweit ganz gut sein, Zahnschmerzen hast du auch, ach, Entschuldigung, ich nehme mal gleich die Klammer raus, so. Danke, mein Name ist Kenny und ich Hans-Josef. Gut, was bitte, also, so, Zahnschmerzen hast du keine? Nö, gut, vielleicht jetzt ein bisschen. Auch die Kälteempfindlichkeit, wenn du ein Eis isst. Nee, nee, ich ess kein Eis. Wir machen direkt weiter. Ja, bitte, vielen Dank. Den nächsten Nerven. Was für Nerven? Möchte ich dann jetzt bitte einmal gerne deinen Gefühlssinn testen, okay? Ich hab echt Gefühle, gut. Dann decken wir bitte deine Hand. Aber nicht für dich. Deine Hand bitte einmal hier. Gut. Gut. Ich berühre jetzt mit dem Pinsel hier einmal deine Handfläche und du machst bitte gerade einmal die Augen zu. Alles klar. Und sobald ich dich berühre, sagst du einfach Bescheid. Gut, ja. Ja. Dann jetzt bitte die Augen zu. Jetzt. Aua. Es tut weh. Jetzt tut gut, ja. Das war zwar ein bisschen zu spät, aber ich mach's nochmal, ja. Nochmal. Komm. Jetzt. 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 Perfekt. Noch einmal. Jetzt. Jetzt. Ich merke schon. Ich merke schon. Gut. Das geht's nicht. Dann bitte einmal die andere Hand. Jetzt. Jetzt. Gut, ja. Jetzt. Jetzt. Und nochmal so. Gut. Dann bitte noch einmal die Augen zu und ich prob sie jetzt einmal aus deinem Gesicht aus. Alles klar? Ja, bitte. Und jetzt. Jetzt. Ja, genau. Noch einmal. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, ja. Ein letztes Mal, okay? Ey, jo. Und auch nicht mit Nasenlauch. Was ist denn los mit dir? Sieht aus, als würden deine Tassenzäne auch gut funktionieren. Ja, danke. Habe ich auch eigentlich nichts anderes erwartet. Mein Nasenlauch ist auch wieder frei. Du solltest alles fühlen, dass es abgeht. Du hast nicht irgendwie Rötungen irgendwo oder Schwellungen irgendwo. Du bist ein Ausschlag. Alles klar. Alles klar. Gut. Dann binde ich jetzt einmal gerade deine Haare zusammen hier. Kein Problem. Ich habe die Gap. Für den Nächsten. Nicht anfassen. Damit ich da ein bisschen mehr sehen kann. In den Ohren. Okay, danke. Danke, danke, danke. Ja. Alles klar. Gut. Machen wir direkt weiter. Geht's hier mal ganz kurz. Die Hand schon wieder raus. Ja, bitte. Okay. Okay, und jetzt? So öff ich jetzt mal ganz kurz deinen Gehörsinn. Befält. Deine Ohren. Ich hoffe, du hast dir gut gewaschen. Gut. Extra für dich. Ich habe hier ein kleines Klicken und ich werde jetzt mit deinen Ohren abklicken. und jedes Mal, wenn du ein Glick hörst, sagst du bitte Bescheid. Alles klar. Mach ich. Mach ich. Bitte Augen zu. Ich möchte meine Augen nicht zumachen. Ich fang jetzt an. Irgendwann habe ich Angst vor dir. Welche Seite? Links. Gut. Auf der rechten Seite. Das war links. Das war links. Nein, das ist jetzt rechts. Links. Gut. Nein, nein, das ist rechts. Nochmal links. Das ist rechts. Das klappt. Nein, nein, das ist rechts. Rechts. Achso, eine Rechts-Links-Schwäche. Rechts. Gut. Noch ein letztes Mal. Das ist mal in der Mitte. In der Mitte habe ich dich ein wenig reingelegt. Gut. Jetzt aber nochmal links. Nein, das war rechts. Gut. Ja, ich höre mich dann nochmal ganz kurz die Ohren ein wenig genauer an. Ja, bitte. Nicht herzustellen, ob doch alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Ah, da drückt es ein bisschen. Aua. Gut. Gut. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt wird sich angenehm an. Dankeschön. Alles klar. Gut. Sieht soweit. Alles gut aus. Vielen Dank. Okay. Gut. Dann schauen wir jetzt noch einmal die Augen. Da musst du gar nicht viel machen. Ja. Ich schaue mir einmal die Puppellen an. Die mache ich. Die Glitzer. Alles klar. Einmal bitte Augen auf. Ja. Das blendet. Das blendet. Das ist ja meine Lampe, die funktioniert. Ja. Ach ja. Das siehst du noch nicht. Das blendet extremst. rechtes Auge. Dann ich decke jetzt einmal dein linkes Auge ab. Und jetzt sagst du mir bitte einmal wie viele Finger ich zeig, okay? Eins. Zwei. Drei. Drei. Fünf. Noch ein bisschen mehr. Eins. Zwei. Sehr gut. Sehr gut. Dann einmal das rechte Auge. Ja. Und das blendet auch. Ja. Die Puppelle. Das. 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 Das blendet ultra. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Alles klar. Okay. Ich sehe gar nichts mehr. Ist noch in Ordnung. Dann halte ich jetzt auch noch einmal dein rechtes Auge zum. Ja. Du sagst mir wie viele Finger du siehst. Mach ich. Ich sehe nichts. Zwei. Eins. Vier. Fünf. Vielleicht fünf. Zwei. Ich weiß nicht. Fünf. Ne. Eins. Vier. Alles klar. Komplett alles richtig, oder? Jetzt siehst du, wie viel siehst du jetzt? Keine Hände. Siehst du mich? Okay. Jetzt keine. Zwei. Ein. Nein, nein. Fünf. Gut. Zwei. Ein. Fünf. Vier. Fünf. Zwei. Ist es richtig gewesen? Ist es richtig gewesen? Alles klar. Sehr gut. Mit deinen Augen scheint auch alles gut zu sein. Da freu ich mich. Kann ich endlich? Kann ich endlich Autofahren? Du hast direkt noch den letzten Sinn. Ähm. Die Nase. Ja. Hast du irgendeine Nasen-OP und deinen Schönheitsangriff? Ja. Ich hatte immer einen Augenhöhenbruch. Okay. Ich habe irgendwelche Atmungsprobleme. Kannst du nicht gut atmen? Du musst immer schlafen. Immer den Mund abmachen zu warten. Nein. Nein. Ich schnarche. Ja. Ich habe jetzt hier zwei Gerüche und du sagst... Okay. Es ist nicht so wichtig. Einmal... Kein Problem. Was du riechst, sagst du dann? Ja. Sag ich. Lavendel. 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 Minze. Minze. Was? Was? Ich habe das Video noch im Leben gesehen. Noch nie. Oh! Ist einfach der Klassiker. Lavendel. Minze. Im ASMR. Was? Ich habe es noch nie gesehen. OMG. Einfach gekonnt. Ich habe es bei mir auch immer. In meinem Video sag ich auch immer. Lavendel. Minze. Ich schwöre. Bei mir auch. Es war durchgespielt. Aber war das bisher richtig? Ja. Zitrone. Schokolade. Super. Ich dachte es war Zitrone. Das erkenne ich leider nicht. Orange. Sehr gut. Es war so knapp. Mach ich gerade noch ein bisschen. Für die ganz komplexen Hälfte. Okay. Alles klar. Jetzt sagst du mir bitte einmal die Unternote und dann die Duftnote, die du zählst. Spitter. Bitter. Also noch Schweiß. Holz. Holz. Schweiß. Himbeere. Fast. Okay. 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 Klimmt super mit der Nase. Vielen Dank, ja. Sehr fein. Das stimmt allerdings. Ich bin überrascht. Ich auch. Wie überrascht ich gerade war. Hans-Joseph. Kenny. Nasen-Test. Kenny einfach. Bitte. Hörtest. Naugtest. Den Gefühlstest, ja. Das scheint ja, als würde alles intakt sein. Perfekt. Keine Beschwerden. Keine Probleme. Perfekt. Sehr schön. Ich freue mich. Ich würde dir das einfach als gesund erklären. Und ich habe keine Probleme? Ja. Wenn du dann noch einen Arztadest für die Schule brauchst, kein Problem, stelle ich dir aus. Ich arbeite schon. Aber ist okay. Alles klar. Die Rechnungsadresse dann bitte noch für die 500.000. Meine Krankenkasse zahlt. Einfach. Krankenkasse. KKKWA. Krankenkasse. Alles klar. Sehr schön. Perfekt. Ich würde sagen, dann haben wir das gemacht. Dankeschön. War sehr nett. Wenn du noch einen Dolly willst, dann gehst du einfach noch kurz nach hinten zur Sekretär. Kannst du dir dann noch einen Lolli abholen? Alles klar. Gut. Ich hole mir gerne einen Lolli ab. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und... Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns ja noch bald. Sehr, sehr nice, Leute. Hat mir sehr gut gefallen. Also. Das wäre die... So die neue... Ja. Wie soll ich sagen? Idee des Ganzen. Auf Roleplays reacten. In der Hinsicht des Roleplay mitmachen. So schaut das Ganze aus. Ich liebe das. Ich kommt nicht über